Ja, liebe Zuschauer, der neue Katalog ist da und wir dürfen Ihnen auch direkt hier bei Pearl TV exklusiv die neuen Produkte präsentieren. Sie sind jetzt live mit dabei und das ist eine TV-Premiere und zwar, ich schlage hier direkt mal auf, auf Seite 77 im neuen Katalog. Da ist sie, die tolle Partyanlage. Ja, da. Und die haben wir jetzt schon. Und hier läuft bei uns im Studio und Sie sind einer der ersten, die Sie hier anschauen dürfen. Das ist wirklich spektakulär und ich habe mich so drauf gefreut. Und hier kann man sogar sagen, eine PA, also PA, das steht ja für Public Address, um öffentliche Veranstaltungen zu machen, beziehungsweise größere Veranstaltungen, Präsentationen. Dann stelle ich diese wunderbare Box ganz einfach auf ein Stativ, weil, da schauen wir uns gleich mal von unten an, wir sehen hier eine Stativhalterung, da sehen Sie es, da passt jedes handelsübliche Stativ rein. und jetzt draufstellen und jetzt mache ich Party und zwar so, wie ich das will. Ich kann es ganz einfach anschalten und habe jetzt ein Musikvolumen, das ist phänomenal. Das ist die Anteilung? Ja, natürlich, mach mal. Also wir sind jetzt, hier ist ein Lautstärkeregler im unteren Drittel. Achtung. Jetzt geben wir mal richtig Gas. Wow. Jetzt kommt gleich unser Chef und sagt, mach mal ein bisschen leiser. Das ist der Wahnsinn und damit kann ich jetzt Partys bescheiden und zwar mit der Musikquelle, die ich mir aussuche. Und zwar haben wir hier Radio drin, also das ist schon mal ein Highlight in der Box, ein Radio drin, aber jetzt Bluetooth-fähig. Also vom Smartphone die Partymusik an der Party anwerfen oder dann ein USB-Stick oder Micro-SD-Karte. All das hier drauf und jetzt werden Sie noch was sehen. Ich kann die sogar umdrehen und machen, wie ich will, weil ich habe hier keinerlei Kabel. Das Ganze ist Akkubetrieben. Vier Stunden Akkulaufzeit und wenn ich dann sage, komm, die Party braucht noch ein bisschen Farbe, Gucken Sie mal, jetzt mache ich noch ein bisschen Licht mit rein und hier dann auch die Partybeleuchtung. Alles in einem. Übrigens alles ist auch scheinbar über eine Fernbedienung, aber es macht auch Spaß hier zu arbeiten. Und jetzt kommt noch der Knaller, da muss ich mal leiser machen. Wir haben hinten auch noch ein Mikrofoneingang und da kann ich jetzt mit separaten Lautstärkeregler auch mal Durchsagen machen. Ich kann auch noch ein bisschen Hallen reinmachen, kann sogar, dann wenn ich das möchte, mal bei meinem Lieblingssong mitsingen. Das würde auch gehen und das ist so eine richtig kompakte Party, wie man sie eigentlich von Ihnen gesehen hat. Oder wenn, dann höchstens wesentlich hochpreisiger. Weil ich kann es Ihnen aus Erfahrung sagen, solche leistungsstarken, 100 Watt Musikspitzenleistungsstarken Boxen mit diesen ganz vielen, vielen Optionen, die sind normalerweise im hohen dreistelligen Bereich, das ist ganz klar. Hier sehen wir auch die unverbindliche Preisempfehlung, 129,90 Euro. Ich habe noch gar nicht alle Optionen genannt, denn wir können auch mit Equalizer, sechs Klangbilder hier, verschiedene Klangbilder, je nachdem, was für Musik man hört, einstellen. Wir können auch ein externes Gerät noch über den Klinke-Augsanschluss anschließen. Also hier kannst du wirklich alle Medien abspielen und das nochmal. Wir waren beide so überrascht. Wir haben diesen Lautsprecher heute zum ersten Mal gesehen. Von dieser Klangqualität und auch dieser Lautstärke. Du, die kannst du auch auf den Arm nehmen, als Ghetto-Blaster hier. Oder machst mal ein Baggersee-Party, das kennen wir ja alle. Ja, da muss man ja nicht nur... Campingplatz-Party. Das ist der Wahnsinn. Damit geht alles einfach. Akku betrieben, lange Laufzeit. Und dann hier diese vielen Möglichkeiten. Per Bluetooth einfach das Smartphone verbinden, wenn Sie wollen. Aber auch einfach hinten die SD-Karte rein, USB-Stick reinstecken, Radios mit drin. Und dann hier aufdrehen vom Allerfeinsten. Vor allem, wir sind wirklich... Darf ich das mal umdrehen, ganz kurz? Also die Beleuchtung ist natürlich phänomenal. Können Sie hier, Sie sehen das, an- und ausschalten, wie Sie wollen mit der Beleuchtung. Aber wir sind... Um Ihnen das wirklich mal zu zeigen, dass Sie uns das auch glauben. Wir sind hier... Da. Wir sind hier mit dem Master-Volumen. Ganz unten. Im ganz unteren Bereich. Sie sehen, wir können hier bis da hinten, bis auf Plus aufdrehen. Wenn wir das machen, fliegt uns hier wirklich alles weg. Aber es ist schön. Um nur Ihnen das zu zeigen, wir sind ganz unten mit dem Volumen. Wir können uns jetzt wirklich... Und ich muss noch ein bisschen leiser machen. Oh, falsch rum. So, jetzt machen wir mal ganz leise. Schau mal. Hier, Line-Input. Dann haben wir hier Mikro-SD-Karte, US-W-Stick. Hier den Master-Volumen. Hier können wir ein bisschen Hall aufs Mikrofon reinmachen. Hier über Klinkelkabel kommt das Mikrofon rein. Hier dann wieder zum Aufladen der Stromanschluss, Licht anschalten und der Hauptschalter. Das ist, ich sage es mal wirklich provokativ, idiotensicher. Das kann wirklich jeder bedienen. Da kann man nichts falsch machen. Und Musik hört jeder gern. Die Lautstärke, die ist ja so variabel. Und ich glaube, wir gehen noch einmal nach oben. Ich drehe sie jetzt nochmal um, Fernbedienung natürlich, alles auch über Fernbedienung, einschließlich der Radio-Funktion, die hier oben noch verbaut ist. Und jetzt, Achtung, jetzt geben wir nochmal richtig Vollgas. Also ist das Lied gerade fertig. Jetzt müssen wir warten. Das ist wirklich klasse. Und Sie sehen den TV-Sonderpreis. 66,41 Euro, brandneu hier bei uns aus dem ganz, ganz neuen Katalog, den wir jetzt hier haben. Ganz neu auf Seite 77 im neuen Katalog. Da ist sie. Da kostet sie natürlich hier 69,90 Euro bei uns. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, was hier rauskommt. Hören Sie sich mal. Ich muss wieder runter. Aber damit kannst du sogar eine Gartenparty beschallen, dass die Nachbarn dazukommen und sagen, dürfen wir mitfeiern. Wir haben eins deiner Lieblingslieder mit drauf. Warte, ich mach mal. Ich mach nur, weil das ist ja, ist wirklich, ich bin so überrascht. Human, Dragon Ball Man, also da hast du guten Geschmack. Oder, ich wusste, dass es eins deiner Lieblingslieder ist. Das ist für mich der größte Sänger derzeit nach Ed Sheeran vielleicht. Aber hier, und dann hier, guck mal, ob die Bässe, ob die Bässe kommt so klar hier rüber. Ich sag, ich muss auch bei dem Lied, muss ich auch ein bisschen lauter machen. Sie hören in der Zeit als Telefon. Boah, 66,41 Euro. Sie greifen zu, ja, das ist wirklich klasse. Für die Party zu Hause, für das Vereinsheim. Und Sie können das ja auch auf Stativ dann stellen. Das ist wirklich so super. Für den Preis, ZX16, 81, 569, Ihre Bestellnummer hier für diese tolle Anlage. Mit Beleuchtung, mit allen Möglichkeiten, die Sie hier haben. Sogar mal ein Radio mit drin. Und dann können Sie die einfach mitnehmen, weil da ein Akku drin ist. Das ist ja, schauen Sie mal, ist das klasse? Auf Stativ stellen bei der Party. Die, also sowas Tolles. Ich hab sowas noch nicht erlebt. Die ist wirklich richtig spektakulär. Vor allem für 66,41 Euro. Alles auch über die Fernbedienung selbstverständlich zu steuern, wenn Sie möchten. Ja, also das ist wirklich toll gemacht. Und vor allem, dass man auch ein Mikro anschließen kann und dann mal Durchsagen machen kann. Gerade auf so einer Feier möchte man vielleicht auch mal eine Durchsage machen. Sagen, hier, Achtung, Achtung, ja, Buffet jetzt eröffnet. Oder das Brautpaar möchte jetzt einmal tanzen. Ja, es geht jetzt hier rund. Und dann kann man natürlich auch mal mit dem Mikro Durchsagen machen. Und wie Reif gesagt hat, auch mal mitsingen. So ein Lieblingslied mitsingen, Karoque-Funktion. Da haben wir ja vorhin gesehen, dieser Echo-Schalter. Also das machen auch alle Profis. Einen leichten Effekt in die Stimme rein. Und diesen Effekt, den hab ich hier. Hört sich beim Sprechen nicht immer ganz optimal an, ja. Aber natürlich dann, wenn man mal mitsingen will, warum nicht? Ein kleines Geburtstag-Ständchen halten. Da freut sich die Oma, wenn man hier für sie mal ein Lied singt oder einfach Party-Musik laufen lässt. Und jetzt, was ich hier natürlich noch phänomenal finde, ich kenne viele von solchen Boxen, ja. Aber nicht eine, die ich bis jetzt gesehen habe, war Bluetooth-fähig. Du musst einfach von irgendeinem anderen Medium, einem Abspielgerät, ein Kabel legen an die Lautsprecher normalerweise. Und dann hast du Aktiv-Lautsprecher. Ja, aber hier haben wir erstens mal einen Lautsprecher ohne Kabelbindung. Also ganz ohne, weil Akku betrieben und dann noch Bluetooth-Fähigkeit. Das heißt, Smartphone, irgendwo Smartphone einschalten, per Bluetooth verbinden und klick, hab ich meine Lieblingsmusik, die Playlist, die ich auf meinem Smartphone habe, so leistungsstark. Ja, das ist ein Hammer. Würde ich mir sogar ins Zimmer stellen, wenn ich es mal nicht brauche, weil das ist ja ein Bluetooth-Lautsprecher, wie du davon träumst, von dieser Klangqualität. Und damit kann man auch dann mal den Nachbarn ärgern. Oder, weißt du, ich denke jetzt immer, bei den Jugendlichen soll jetzt kein Tipp sein, aber wenn man mal Krach hat, weißt du, und nichts mehr hören will, mit der Schwester zum Beispiel ärgern, mach mal einfach mal die Musik ein bisschen lauter. Aber ich weiß ja auch, dass du Freund von lauter Musik bist, wenn du putzt. Das stimmt ja auch, oder? Ich höre gerne lauter Musik. Wenn ich putze zum Beispiel, mache ich gerne lauter Musik an. Aber ich finde das hier bei diesem Gerät einfach auch so toll, dass du es halt mit rausnehmen kannst, zum Beispiel auf dem Balkon oder in den Garten dann, oder wenn du halt auch mal wegfährst, in den Urlaub. Die ist ja so klein und kompakt, die kannst du ja mit ins Auto packen, mitnehmen, auf dem Campingplatz, an dem Baggersee, wie du gesagt hast, oder dann auch, wenn du zum Zelten fährst oder sowas. Die packst du einfach ein und die funktioniert ja überall. Das ist ja das Schöne bei diesem Gerät. Absolutes Highlight für mich aus dem neuen Katalog. Jetzt zum ersten Mal bei uns im Fernsehen. Und Sie können jetzt schon zuschlagen. TV-Premiere für Sie hier mit der ZX 1681 und der 569 können Sie zugreifen. 66,41 Euro, Ihr TV-Sonderpreis. Bitte da schnell sein, das ist wirklich ein tolles, tolles Gerät. Bitte, wir freuen uns, dass wir Sie hier neu bei uns im Programm haben. Unter der 0180 51 51, dreimal die zwei können Sie bestellen. Und wir drehen hier nochmal ein bisschen auf und hören hier nochmal rein, während Sie schon mal in die Leitung gehen. Viel Spaß dabei.